Schön, dass du heute zu diesem Video eingeschaltet hast. Wir wollen uns heute mal mit dem Thema beschäftigen, sieben Tipps für deinen Alltag, damit du Japanisch lernen kannst und das auf die, naja, einfache Art und Weise, die dir auf jeden Fall helfen, im stressigen Alltag oder immer wieder, wenn andere Dinge kommen oder wenn man abgelenkt ist, trotzdem am Ball zu bleiben und dein Japanisch Stück für Stück zu verbessern. Also bleib dran! Sieben Tipps und wir wollen an dieser Stelle direkt mit dem ersten Tipp anfangen und der ist vielleicht ein bisschen aufwendig, aber er macht richtig viel Spaß, finde ich. Klebe einfach Zettel mit den japanischen Wörtern und deren Übersetzung an die verschiedenen Sachen ran. Was meine ich damit? Zum Beispiel ist es so, bei mir im Küchenschrank ist unter dem Bereich, wo die Teller stehen, zum Beispiel Osara, das japanische Wort für Tellerdranne oder unter Tassen ist denn das für die Tasse dran. Und so habe ich das in meiner ganzen Küche gemacht, am Kühlschrank klebt ein Zettel dran, wie der Kühlschrank heißt, wie ein Stuhl heißt, wie ein Tisch heißt und so an allen großen Dingen, die man so kennt und im Alltag nutzt, klebt einfach das japanische Wort dran. Am Anfang hatte ich noch die Aussprache dazu geschrieben, weil ich es noch nicht die ganzen Kandis zum Teil konnte, aber das habe ich gemacht und das ist eigentlich eine coole Aufgabe, weil man sich dann zum einen beschäftigt mit den Geräten, das heißt man sucht ja eh raus, online guckt in Wörterbüchern, das hilft schon mal. Und dann klebt man das ran und dann im Alltag, wenn man auf Toilette sitzt, wenn man durch die Wohnung geht, hat man immer wieder die verschiedenen Stellen und sieht, ah genau das heißt so, das ist das und das ist das und es ist aufwendig, aber ich sage euch, es bringt unglaublich viel, weil du verbindest dann immer dieses Wort mit dieser, sozusagen mit dem Gerät direkt, mit der Sache, mit dem Teller, mit der Tasse, mit dem Glas, mit dem Tisch, mit dem Kühlschrank oder sonst was. Und das ist wirklich eine mega hilfreiche Sache, ich kann dich nur ermutigen, probier es einfach mal aus, nimm dir ein Zimmer, was du hast oder im Bereich deines Zimmers und kleb mal so einen Zettel ran, einfach ausdrucken, ganz normal hinschreiben, ausschneiden und damit, weiß nicht, mit Kleber drauf, wie du möchtest. Das ist mein erster Tipp. Zweiter Tipp ist, such dir Online-Communities zum Sprachenlernen und das gibt es wirklich überall. Es gibt Apps wie Meetup, wo du vielleicht in deiner Stadt Gruppen findest, die Japanisch gerne lernen oder Japan-Fans sind. Es gibt Volkshochschulen, wo du Japanisch lernen kannst und auch andere Leute kennenlernen kannst, die Japanisch lernen. Es gibt die Möglichkeit, online zum Beispiel in Reddit-Foren oder so, das sind am meisten zwei Englischsprachige-Communities, auch Communities zu finden, wo Leute Japanisch lernen, aber auch in Discord findest du viele Communities, wie zum Beispiel diese hier, die Makosuk-Community. Das ist natürlich auch eine Community, die lernt, aber es gibt auch andere deutsche YouTube-Kanäle, die sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigen, Japanisch zu lernen. Also such dir da einfach Communities, geh da rein, schreib da mit den Leuten, stell Fragen und frag sie, was haben sie gemacht, um besser zu lernen. Das ist wirklich ein mega cooler Alltagshack, da einfach drinnen zu sein. Es motiviert auch immer wieder mal so reinzugucken, zu sehen, ah, die Leute diskutieren, wie würde ich das übersetzen und dann gibt es da auch mal Events oder so. Bei uns machen wir das auch zukünftig regelmäßiger, dass wir mal so kleine Lernevents gemeinsam auf unseren Discord machen. Also such dir da Communities, Leute, mit denen du gemeinsam lernen kannst, das pusht ungemein, weil du das Gefühl hast, boah, wenn die anderen weiterkommen, dann muss ich auch weiterkommen, so ein bisschen den inneren Schweinehund besiegen und Druck aufbauen. Dritter Tipp, wenn dich das Thema Japan wahrscheinlich sowieso interessiert, weil wieso solltest du nur Japanisch lernen, wenn du nicht Japan auch ein spannendes und tolles Thema findest, kann ich dir empfehlen, lies doch einfach News über Japan und zwar auf Japanisch. Es gibt zum Beispiel Seiten wie Easy Japanese NHK, ich weiß gerade gar nicht, ob es genau so ausgesprochen wird, jedenfalls hier ist ein Link, ich habe schon mal die Seite vorgestellt, da habt ihr die Möglichkeit, einfache Nachrichten vom Sender NHK zu lesen. Natürlich, ihr müsst schon ein bisschen Hiragana und ein paar japanische Wörter können, sonst wird es ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich gibt es dafür schon Apps, es gibt diese NHK-Seiten, wo ihr leichteres Japanisch habt und kurze Artikel über japanische Neuigkeiten lesen könnt. Und wie cool ist es, Japanisch zu lernen und gleichzeitig sich über Japan vorzubilden und zu wissen, was in dem Land passiert. Deswegen probiert doch einfach mal, Nachrichten auf Japanisch zu lesen. Tipp 4, nehmt euch Ankidecks für unterwegs mit. Ja, schön, Ankidecks sind ja schon digital, ist relativ easy. Ne, nutzt einfach unterwegs, wenn ihr zum Beispiel auf der Weg zur Arbeit, auf dem Weg zur Schule, zum Studium oder sonst wo hin seid, zu einem Freund, zur Familie oder sonst wo. Nehmt euch euer Ankideck, in der App, die ihr habt, hier ist nochmal mein Ankideck, mein aktuelles. Nehmt euch mit und lernt einfach eure Ankidecks, eure Vokabeln, guckt euch an, wiederholt was, guckt euch Kanjis an, guckt euch Vokabeln an, hört euch Sachen da an. Nutzt einfach die Sachen. Unterwegs ist immer die beste Zeit, man verplempelt das so viel Zeit, wenn man sich mal überlegt, wie viel Zeit man zur Schule hin und zurück oder zu so vielen Sachen pendelt. Guckt euch da einfach euer Ankideck an und schult eurer Vokabel oder Kanji-Kenntnisse. Kommen wir nun zum Tipp 5, der ist schon ein bisschen für Fortgeschrittene. Stelle deine Geräte auf die Sprache um. Zum Beispiel habe ich zum Englisch lernen, das damals so gemacht, dass ich einen Großteil meiner Geräte Handy, Laptop, alles auf Englisch umgestellt habe. Und jetzt wäre natürlich der nächste Schritt, wenn du schon einigermaßen Kanjis kannst, deine Geräte auf Japanisch von der Systemsprache umzustellen. Das klingt krass, hilft dir aber total, weil du dann immer mit den japanischen Ausdrücken arbeiten musst. Ja, am Anfang ist es natürlich ein Downgrade, du wirst langsamer arbeiten, aber grundsätzlich machst du dich so mit alltäglichen Begriffen vertraut, die du so nutzt und brauchst im Alltag. Und deswegen probier es doch mal, dein Handy umzustellen oder vielleicht dein PC mal einfach so mal ein paar Tage und das mal auszuprobieren. Du kannst es ja immer noch zurückstellen, wenn es erstmal zu schwer noch ist. Ich fand es aber total bereichernd, das schon mal zu machen. Ich habe es versucht, am Anfang von Japanisch lernen, mit meinem Handy zu machen und bin kläglich gescheitert, weil ich zum Beispiel gar nicht mehr meine Einstellungen richtig verstanden habe. Aber wenn du ein bisschen weiter bist bei den Kanjis und schon ein bisschen gelernt hast, du ein Vier-Niveau bist, kann das vielleicht sogar mal eine Idee sein, das so zu machen. Und es hilft wirklich sehr viel. Also auf jeden Fall bei Englisch hat es bei mir sehr, sehr viel geholfen und ich verwende viele Geräte, die ich habe, sogar nur noch auf Englisch heutzutage, weil es mir fast leichter fällt, weil man da auch mehr Hilfe findet. Aber das wird wahrscheinlich bei Japanisch nicht so der, die Sache sein. Tipp Nummer 6. Animes auf Japanisch mit japanischen Untertiteln schauen. Und jetzt, wichtig, mit japanischen Untertiteln. Viele von euch gucken bestimmt Animes und auch gerne mit deutschen Untertiteln, weil sie sagen, zum einen ist die deutsche Synchronisation nicht draußen oder die deutsche Synchronisation gefällt mir nicht oder Japaner können einfach so toll synchronisieren und das stimmt schon. Die haben schon krasse Synchronsprecher, finde ich. Die können auch mal ganz anders Emotionen pushen. Aber guck japanische Animes und nicht mit deutschen Untertiteln, sondern mit japanischen Untertiteln. Und es hat die Bewandtnis, dass du lernen sollst, japanisch zu hören und japanisch zu verstehen. Wenn da der deutsche Untertitel ist, dann konzentrierst du dich so auf das Bild und auf den Text, dass du eigentlich keine Möglichkeit mehr hast, dich wirklich auf den Ton zu konzentrieren. Nimm dir dafür vielleicht einfache Animes. Ich werde dazu auch demnächst noch ein Video machen, wie finde ich denn Animes, mit denen ich japanisch lernen kann. Wie kann ich das Level eines Animes einschätzen? Wenn ihr jetzt zum Beispiel Code Geass nehmt oder auch Attack on Titan. Das sind Animes, die sind auf einem, wie sagt man das, unbelievable Level, ja. Das sind, da kommen Vokabular-Sachen vor, Wörter und Grammatik, die könnt ihr vergessen, dass ihr die am Anfang könnt. Dann gibt es aber auch so Animes, wie zum Beispiel Toradora, kennt ihr auch. Das hat ein relativ einfaches Niveau, das ist komplettes Alltagsjapanisch. Viele Vokabeln drin, die man schon grundsätzlich in N5 und N4 lernt, also in den ersten beiden Stufen zum Japanisch lernt. Damit kann man schon viel mehr einsteigen. Oder guckt euch ein Anime an, den ihr schon mal auf Deutsch geguckt habt und wirklich gut kennt. Und dann schaut ihn auf Japanisch mit japanischen Untertiteln an. Dann habt ihr den Vorteil, dass ihr schon grob die Handlung wisst und euch wirklich gut auf den Ton konzentrieren könnt. Es geht darum zu hören, wie klingt Japanisch, wie sprechen Japaner, was für Formulierungen nutzen sie. Oftmals ist das Schuljapanisch anders als das Alltagsjapanisch. Also das zu trainieren, zu hören, die schnellen Dialoge und auch verstehen zu können, was sie sagen so. Und es wird cool sein, wenn du immer mehr Wörter und Sachen entdeckst und so. Also das ist auf jeden Fall ein Tipp. Dazu wird auch nochmal ein Video von mir kommen an dieser Stelle. Und der letzte und siebte Tipp für der Spezialtipp für lange Toilettengänge, was ich auch gerne mache. Natürlich ist meine Toilette auch ein bisschen vollgeklebt mit der einen oder anderen Übersetzung. Aber ich habe zum Beispiel Vokabellisten auf der Toilette. Ich lasse mein Handy einfach draußen und nehme mir dann so Vokabellisten, so größere mit Alltagsbegriffen, so über Japanisch. Und gucke mir die gerne mal an und lese die denn. Denn zum einen bin ich schneller fertig mit dem Toilettengang, als wenn ich am Handy spielen würde. Und zum anderen lerne ich den Japanischen. Ich habe die so positioniert, dass vor mir ist so ein Schrank, wenn ich sitze auf der Toilette. Und dann ist ganz groß diese Liste dran. Und das ist witzig. Eigentlich ist man immer dabei, da drauf zu starten. Und dann lernt man irgendeinen Satz, der hilfreich ist. Also da habe ich so die 50 Most Useful Phrases for Japanese Learners genommen. Mega witzig. Und so lerne ich bei jedem Toilettengang einen neuen Phrase oder einen neuen Satz im Japanischen. Ja, und das waren auch schon mal sieben Tipps. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr vielleicht noch für Tipps habt. Ich hoffe, es hilft euch. Ihr kommt voran mit Japanisch lernen. Und der Ziel ist es, wir wollen richtig gut in Japanisch lernen. Und ich finde es cool, dass du dabei bist. Ich motiviere dich. Mach weiter. Ja, ich finde es richtig cool. Kommt vielleicht auch auf unseren Discord vorbei. Ich freue mich. Wir sind eine Community, die alle dabei ist, Japanisch zu lernen. Und auch der ein oder andere nach Japan zu gehen. So wie ich zum Beispiel nächstes Jahr. Auszuwandern noch nicht. Aber auf jeden Fall schon mal für eine längere Zeit dort zu bleiben. Ich danke dir wie immer fürs Zuschauen. Und lass gerne einen Daumen nach oben dabei, wenn es dir gefallen hat. Und ich sage, bis zum nächsten Video. Matane!